Hallo zusammen, ich bin Pastor Rick, Autofahrt Leben mit Vision, Pastor der Saddleback-Gemeinde und Sprecher der Sendung Daily Hope. Habe ich euch heute schon gesagt, dass ich euch lieb habe? Zu Beginn des Jahres 2020, bevor die Covid-19-Pandemie sich in der Welt ausbreitete, da machten viele Leute in der Geschäftswelt Ankündigungen über große Pläne und große Visionen für das nächste Jahrzehnt und das neue Jahr. Ich bin mir sicher, dass auch in vielen Gemeinden die Pastoren über ihre Visionen für 2020 sprachen. Ich habe mir mittlerweile schon mehrmals vorgestellt, wie Gott im Himmel damals mit dem Kopf geschüttelt hat und dachte, ihr habt ja keine Ahnung, was in 2020 passieren wird. Heute wissen wir, wie innerhalb weniger Wochen die ganze Welt auf den Kopf gestellt wurde. Der Reiseverkehr, die Schulen, Gemeinden, Firmen, Sportveranstaltungen, Konzerte und alle Veranstaltungen in geschlossenen Räumen wurden ausgesetzt. Und die meisten Pläne, die die Menschen für 2020 gemacht hatten, waren für die Tonne. Wenn es eine Sache gibt, die uns diese Pandemie klargemacht hat, dann dass keiner von uns die Zukunft kennt. Wir wissen nicht, was morgen passiert und noch weniger, was nächstes Jahr passiert oder auch nächsten Monat oder auch nur nächste Woche. Vor wenigen Monaten hätte sich noch niemand träumen lassen, wie sich unsere Welt durch diese Pandemie verändern würde. Mensch zu sein, heißt sein Leben zu leben, ohne die Zukunft zu kennen. Die Zukunft ist unbekannt, unsicher und unvorhersehbar. Gott weist uns in seinem Wort, der Bibel, immer wieder darauf hin. Zum Beispiel in Prediger 8, Vers 7. Dort steht, dass kein Mensch weiß, wie sich die Dinge entwickeln werden. Es gibt auch niemanden, der ihm vorhersagen könnte, was die Zukunft bringt. Der Einzige, der die Zukunft kennt, ist Gott. Denn er steht außerhalb der Zeit. Gott sieht die Vergangenheit und die Zukunft zur selben Zeit. Und nur Gott kann das. Also spart euer Geld lieber, anstatt es dafür auszugeben, etwas über die Zukunft herausfinden zu wollen. Ich möchte euch sogar warnen, jeder Wahrsager oder jedes Medium, jedes Horoskop oder jeder andere Versuch, die Zukunft zu erkennen, ist unecht. Es ist unecht. Gott sagt, sie sind alle falsch. Keiner kann die Zukunft voraussagen. Gott sagt oft, dass niemand die Zukunft kennt, außer Gott selbst. Man kann das leicht beweisen. Wenn du mal ein Medium oder von einer Astro-Hotline jemanden am Telefon haben solltest, dann sag doch, wenn sie wirklich die Zukunft kennen, darf ich mal fragen, wie viel Geld sie schon mit Sportwetten verdient haben? Eine Schlagzeile, die du niemals lesen wirst, ist, Medium gewinnt Lotterie. Oder wenn dich ein Medium am Telefon nach Name und Kreditkartnummer fragt, dann antworte, sagen Sie es mir doch. Die Zukunft nicht zu kennen, macht Angst. Und es verursacht Stress im Leben der Menschen. Im letzten Monat wurden einige größere Umfragen durchgeführt, um herauszufinden, was die Leute über ihre Zukunft während dieser Pandemie denken. Und die Ergebnisse waren nicht gerade ermutigend. In landesweiten Umfragen haben letzten Monat beinahe 50% der Leute gesagt, sie glauben, dass nachfolgende Generationen ein schwereres Leben haben werden als wir heute. 50%! 66% der dort Befragten gaben an, dass sie ängstlich sind, was die Zukunft angeht. Und 71% sagten, sie sind ärgerlich, was die Zukunft angeht. Als man sie dann fragte, warum sie ärgerlich und ängstlich seien, da war die häufigste Antwort nicht die Pandemie oder Covid-19, sondern der Zustand der Politik. Ich erzähle das alles, weil wir uns heute Jakobus 4 ansehen werden, und zwar die Verse 13 bis 17. Und Jakobus sagt uns hier, wie man sich der Zukunft stellt, einer unsicheren Zukunft. Und damit wir nicht entmutigt werden im Blick auf die Zukunft, sagt er, wir müssen drei Fehler vermeiden, die Menschen häufig machen. Deswegen nenne ich diese Predigt, ein Glaube, um sich einer ungewissen Zukunft zu stellen. Ein Glaube, um sich einer ungewissen Zukunft zu stellen. Ich lese mal den Text aus Jakobus 4. Wir steigen ein bei Vers 13. Passt auf, wenn ihr behauptet, heute oder morgen werden wir in eine bestimmte Stadt gehen und ein Jahr dort bleiben. Wir werden dort Geschäfte machen und Gewinne erzielen. Woher wollt ihr wissen, was morgen sein wird? Euer Leben gleicht doch dem Nebel am Morgen. Schon nach kurzer Zeit ist er wieder verschwunden. Stattdessen solltet ihr sagen, wenn der Herr es will, werden wir leben und dieses oder jenes tun. Nun aber seid ihr stolz auf eure eigenen Pläne. Doch solche Angeberei ist durch und durch schlecht. Denkt daran, wer das Gute kennt und es nicht tut, der macht sich schuldig. In diesen fünf Versen erklärt uns Jakobus, wie wir diese drei häufigsten Fehler vermeiden können, die Menschen hinsichtlich der Zukunft immer wieder machen. Wir machen Fehler bei der Planung für die Zukunft, wir machen Fehler bei unseren Annahmen über die Zukunft und wir machen Fehler im Aufschieben von Dingen für die Zukunft. Lasst uns mal jeden dieser Fehler und dann auch die Lösungen genauer ansehen. Los geht's. Nummer eins, der erste Fehler, den wir hinsichtlich der Zukunft machen, schreibt es euch auf, wenn ihr Notizen macht. Übrigens, den Leitfaden findet ihr auf saddlebag.com. Ladet euch ihn runter und macht euch Notizen. Nummer eins, der erste Fehler, den wir hinsichtlich der Zukunft machen, ist, wir machen Pläne, ohne Gott zu fragen. Wir machen Pläne, ohne Gott zu fragen. Jakobus illustriert das mit dieser Unterhaltung zwischen zwei Geschäftsleuten, die ich gerade vorgelesen habe. In Vers 13 sagt er, passt auf, wenn ihr behauptet, heute oder morgen werden wir in eine bestimmte Stadt gehen und ein Jahr dort bleiben. Wir werden dort Geschäfte machen und Gewinne erzielen. Auf den ersten Blick scheint das kein schlechter Plan zu sein. Jeden Tag schreiben Menschen Geschäftspläne genau auf diese Art und Weise. Es klingt, als würde dieser Typ vorausschauen. Er ist ein Unternehmer, wie viele von euch es sind. Er ist ein echter Macher, also er hat jedenfalls einen Plan für die Zukunft. Die meisten Menschen haben keinen. Und es ist ein gut durchdachter Geschäftsplan. Wenn wir uns das mal genauer anschauen, dann sehen wir hier sechs Punkte in seinem Geschäftsplan. Als erstes klärt er die Frage, wann. Er sagt heute oder morgen, wann. Dann klärt er die Frage, wo. Wir werden in eine bestimmte Stadt gehen und er hat die bestimmte Stadt im Sinn. Dann klärt er die Frage, wie lange. Wir werden ein Jahr dort bleiben. Dann klärt er die Frage, was. Wir werden dort Geschäfte machen. Und dann klärt er die Frage, warum. Wir werden Gewinne erzielen. Und schließlich klärt er die Frage, wer. Weil er einen Paten hat, denn er sagt, wir. Jeder einzelne dieser Bausteine wird im Buch der Sprüche besprochen. Er sagt, du brauchst eine Strategie. Und was die Zukunft angeht, da weiß dieser Typ ganz genau, was er vorhat. Er hat einen Plan. Er weiß, wo. Er weiß, mit wem. Er kennt seinen Zeitrahmen. Und er kennt seine Gewinnerwartung. Er hat alles im Blick. Gott sagt in der Bibel, es ist klug, einen ehrlichen Gewinn zu machen. Also, wo ist das Problem mit dem, was der Mann hier gerade gesagt hat? Was ist falsch daran? Nichts. Nichts ist falsch an dem, was er getan hat. Aber an dem, was er vergessen hat, zu tun. Ist euch aufgefallen, dass er in seinem Masterplan für die Zukunft an keiner Stelle Gott erwähnt? Es dreht sich alles um Eigenständigkeit. Viermal sagt er, wir werden dies tun. Wir werden dies tun. Wir werden das tun. Wir werden jenes tun. Wir werden, wir werden, wir werden, wir werden. Nirgends steht, was Gott will. Es dreht sich nur um seinen Willen. Ich kenne viele christliche Geschäftsleute, die wirklich den Herrn lieben. Aber was ihre Lebensplanung angeht oder ihre Karriere oder ihre Ausbildung oder ihre Ehe oder ihre Geschäftsprojekte, da sind sie genauso wie Nichtchristen. Sie handeln wie Atheisten bei der Arbeit. Sie planen, als würde Gott nicht existieren. Sie sagen, wir werden dies tun und das tun und dies tun und das tun. Und das ist nicht einfach nur traurig, sie lassen sich auch Gottes Segen entgehen. Bitte schreibt euch das auf, wenn ihr euch Notizen macht. Um Gottes Segen zu haben, muss ich ihn in meine Planung einbeziehen. Um Gottes Segen zu haben, muss ich ihn in meine Planung einbeziehen. Das ist der erste Grundsatz für den Umgang mit einer Zukunft, die du nicht kennst. Um Gottes Segen zu haben, muss ich ihn in meine Planung einbeziehen. Planen ist keine schlechte Sache. Die Bibel spricht viel darüber. Wie beziehe ich Gott in meine Planung ein? Wie beziehe ich Gott mit ein, wenn ich mir Ziele setze? Okay, hier ist der erste Schlüssel. Schreibt euch das auf. Beten, wenn ich mein Leben plane. Oder egal was. Beten, wenn ich mein Geschäft plane. Beten, wenn ich mein Projekt plane. Das Buch der Sprüche ist voll von Grundsätzen zum Planen. Und Gott gibt uns ein großartiges Versprechen in Sprüche 3. Sprüche 3, Verse 5 und 6. Dort heißt es, Vertraue von ganzem Herzen auf den Herrn und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Denke an ihn, was immer du tust, dann wird er dir den richtigen Weg zeigen. Also, wenn du drei Dinge tust, dann verspricht Gott, dir den richtigen Weg zu zeigen. Er wird deine Pläne lenken. Er sagt, wenn du auf den Herrn vertraust, wenn du demütig bist und dich nicht auf deinen Verstand verlässt, und drittens, wenn du an Gott denkst, bei allem, was du tust, und sagst, Herr, ich will deine Pläne für mein Leben, nicht meine eigenen, dann wird er dir den Weg zeigen. Das ist ein Versprechen. Er sagt, ich werde dich leiten, wenn du diese Dinge tust. Ich muss also beten, wenn ich plane. Was soll ich denn beten? Wir bitten Gott dafür um Weisheit. Jakobus gibt uns eine weitere Verheißung in Jakobus 1, Vers 5. Wenn du wissen möchtest, was Gott von dir will, Jakobus 1, Vers 5. Wenn jemand unter euch Weisheit braucht, weil er wissen will, wie er nach Gottes Willen handeln soll, dann kann er Gott einfach darum bitten. Und Gott, der gerne hilft, wird ihm bestimmt antworten, ohne ihm Vorwürfe zu machen. Nun, ich weiß, in diesen ungewöhnlichen Zeiten, die wir gerade durchmachen, wo alles so unsicher ist, wegen dieser Pandemie, wo sich jede Woche die Dinge ändern. Da fühlst du dich wahrscheinlich, so wie viele andere auch, als ob alles in der Schwebe ist. Als ob du überhaupt nichts planen kannst. Du fühlst dich vielleicht, als ob du in diesem Moment festhängst. Als ob du auf der Stelle trittst und strampelst und einfach nur versuchst, den Kopf über Wasser zu halten, solange die Pandemie anhält. Du hast keine langfristigen Pläne, keine Ziele. Du versuchst einfach nur durchzuhalten. Aber ich möchte euch allen sagen, als euer Pastor, der euch liebt, dieser Zustand könnte noch sehr lange anhalten. Und ihr solltet die Wochen und Monate, die vor uns liegen, nicht verschwenden. Deshalb möchte ich euch eine Hausaufgabe geben für diese Woche. Ich habe das in dieser Serie noch nicht gemacht, aber ich möchte euch heute eine Hausaufgabe mitgeben. Hoffentlich erinnert ihr euch noch an einen der Grundsätze, über die ich vor ein paar Wochen gesprochen habe, nämlich kontrolliere das Kontrollierbare und vertraue Gott mit dem Rest. Das ist ein richtig guter Grundsatz mitten in dieser Pandemie. Kontrolliere das Kontrollierbare, ändere das, was du ändern kannst und vertraue Gott mit allem, was du nicht kontrollieren kannst. Es gibt vieles während dieser Pandemie, das du nicht kontrollieren kannst, aber es gibt auch vieles, das du kontrollieren kannst. Also, hier ist eure Hausaufgabe für diese Woche mit diesem ersten Punkt. Nehmt euch diese Woche 30 Minuten Zeit, vielleicht sogar eine Stunde. Betet und macht einen Plan für den Rest dieses Jahres. Okay? Ich werde euch nicht sagen, was da drinstehen soll. Es kann ein persönlicher Plan für euer geistliches Wachstum sein oder ein Plan für deine Familie. Es könnte ein Plan für einen geistlichen Dienst sein. Es könnte ein Plan für deine Finanzen sein oder für deine Ausbildung und Karriere oder irgendein nächster Schritt. Es geht darum, Ziele zu setzen. Okay? Und dann, wenn du betest und über deine Pläne nachdenkst, dann sag, Herr, sag du mir, was ich mit dem Rest des Jahres tun soll. Was willst du, dass ich tun soll? Was ist dein Wille, Vater? Wenn du mir eine E-Mail schickst, dann schicke ich dir einen Leitfaden, um Ziele zu setzen, mit Bibelstellen, die du dabei benutzen kannst. Aber das ist deine Hausaufgabe. Nimm dir etwas Zeit, um mal aufzuhören, mit ihm auf der Stelle rumtreten und denke darüber nach, welche eine Sache du wirklich gemacht haben möchtest am Ende des Jahres. Psalm 119, Vers 32. Ich liebe diese moderne Übersetzung. David betet dir Folgendes. Wenn du mir hilfst, werde ich deine Gebote befolgen. Das sagt David zu Gott. Wenn du mir den Weg zeigst, werde ich deine Gebote befolgen. Genau das solltest du beten. Und das ist das Erste, was du tust mit einer unsicheren Zukunft. Du betest, wenn du planst. Du sitzt nicht nur herum oder lässt dich treiben. Wenn du dich nur treiben lässt, dann geht es immer bergab. Es gibt einen zweiten Fehler, den wir hinsichtlich der Zukunft machen. Der Erste ist zu planen, ohne zu beten. Aber der zweite Fehler hinsichtlich der Zukunft ist, wir nehmen an, dass es ein Morgen gibt. Wir nehmen an, dass es ein Morgen gibt. Nun, in den nächsten Versen lesen wir Folgendes. Jakobus 4, die Verse 14 bis 16. Woher wollt ihr wissen, was morgen sein wird? Ihr macht all diese Pläne, wir gehen in die Stadt, wir machen jenes und bauen das und fangen ein Geschäft an. Er sagt, woher wollt ihr wissen, was morgen sein wird? Euer Leben gleicht doch dem Nebel am Morgen. Schon nach kurzer Zeit ist er wieder verschwunden. Stattdessen solltet ihr sagen, wenn der Herr es will. Wenn der Herr es will. Das ist eine Redewendung, an die du dich gewöhnen solltest. Auf Arabisch sagt man Inshallah. Inshallah heißt, so Gott will. Auf Spanisch sagt man O'challa, für hoffentlich, was eigentlich aus dem Arabischen übernommen wurde. Wenn der Herr es will, werden wir leben und dieses oder jenes tun. Jakobus sagt, nun aber seid ihr stolz auf eure eigenen Pläne. Das ist nur Angeberei. Wenn ihr von euren großen Plänen erzählt, die ihr vorhabt, und er sagt, solche Angeberei ist durch und durch schlecht. Es gibt übrigens guten und schlechten Stolz in der Bibel. Die gute Art von Stolz sagt, ich bin stolz auf das, was Gott in meinem Leben tut. Du vergleichst dich nicht mit anderen. Vergleiche dich nie. Neue Testament heißt es, man soll stolz sein auf das, was man tut, ohne sich mit anderen zu vergleichen. In dem Moment, wo du dich mit anderen vergleichst, wird es schlechter Stolz. Aber er sagt hier, dass es einfach dumm ist, Annahmen über den morgigen Tag zu machen. Es ist Sünde, mein Leben zu vergeuden. Schaut euch nochmal den Vers von eben an. Es gibt hier zwei Gründe, warum wir nicht annehmen sollten, dass wir viel Zeit haben. Zwei Gründe, warum wir nicht auf der Stelle treten sollten. Wir sollten die Zeit nutzen, die wir jetzt gerade haben. Erstens sagt er, die Zukunft ist ungewiss. Okay? Und er beginnt den Satz mit, woher wollt ihr wissen, was morgen sein wird? Und erst recht nächste Woche, nächsten Monat, nächstes Jahr. Das Einzige, das sicher ist in diesem Leben, ist die Wahrheit des Wortes Gottes, die Beständigkeit der Liebe Gottes für dich, die Zuverlässigkeit der Güte Gottes und Verlässlichkeit von Gottes Verheißungen. Auf nichts anderes ist Verlass, denn es bleibt immer ein großes Wenn. Das Leben ist unvorhersehbar. Sei also nicht überheblich, was die Zukunft angeht. Und dann sagt er, der zweite Grund, warum du nicht überheblich sein sollst und warum du nicht annehmen solltest, dass man noch ewig viel Zeit hat, ist, mein irdisches Leben ist begrenzt. Er sagt, es ist eigentlich nicht sehr lang. Er sagt, euer Leben gleicht doch dem Nebel am Morgen. Schon nach kurzer Zeit ist er wieder verschwunden. Das Wort für Nebel im Griechischen heißt Atmos. Es steckt in unserem Wort Atmosphäre. Er sagt, es ist wie, wenn man einen Spiegel anhaucht und er dann beschlagen ist und ein paar Sekunden später ist er wieder klar. Oder so wie hier in Südkalifornien im Frühsommer, wenn es bedeckt und wolkig ist und der Nebel alles bedeckt. Aber zu Mittag hin ist wieder alles weg. Er sagt, dass dein Leben wie der Morgennebel ist. und die Dauer von Rollschuh zu Rollstuhl ist ziemlich kurz. In Leben mit Vision habe ich gesagt, dass das Leben ein Test ist, ein anvertrautes Gut und eine zeitlich begrenzte Aufgabe. Und weil das so ist, geht es schnell vorbei. Im Lichte der Ewigkeit gehen 60, 80, sogar 100 Jahre schnell vorüber. Hört mal, wenn du ein durchschnittliches Leben führst, dann wirst du wahrscheinlich 27.375 Tage leben. 27.375 Tage. Irgendjemand hat das herausgefunden. Aber wisst ihr was? Du hast keine Garantie auf ein Morgen. Und jeder von uns ist nur ein Herzschlag entfernt von der Ewigkeit. Was auch immer du also mit deinem Leben vorhast, besser du legst los. Nun, der zweite Schlüssel, um sich einer ungewissen Zukunft zu stellen. Der erste ist, beten, wenn du planst. Du solltest planen. Die Bibel sagt, du solltest planen. Es ist weise zu planen. Aber man betet, wenn man plant. Man macht also nichts aus eigener Energie und eigener Willensstärke. Der zweite Schlüssel, um sich einer ungewissen Zukunft zu stellen, lebe einen Tag zur Zeit und mach was draus. Lebe einen Tag zur Zeit und mach was draus. Das ist das Nächste, das Jakobus über die Zukunft sagt. Die gute Nachricht über die Zukunft ist, dass sie dich nicht komplett und auf einmal trifft. Wir bekommen sie in 24 Stunden Häppchen. Würdest du dein gesamtes Leben auf einmal zugeworfen bekommen, wäre es sicher eine Überforderung. Aber Gott gibt es uns in Teilen zu je 24 Stunden. Ich zeige euch ein paar Verse, die darüber sprechen. Matthäus 6, Vers 34. Dort sagt Jesus, deshalb sorgt euch nicht um morgen, denn jeder Tag bringt seine eigenen Belastungen. Die Sorgen von heute sind für heute genug. Das sagt Jesus. Mit anderen Worten, höre auf, dir Sorgen auszuleihen. Wenn du wegen etwas besorgt bist und es aber erst nächste Woche passiert, warum ruinierst du dann schon den heutigen Tag? Sorgen können die Vergangenheit nicht verändern und die Zukunft nicht kontrollieren. Sie können nur den heutigen Tag ruinieren. Die raubende Energie, man schmort vor sich hin, ohne etwas zu tun, wie in einem Schaukelstuhl. Man verbraucht Energie, um vor- und zurückzuschaukeln, aber man kommt nicht voran. Es ändert sich nichts. Er sagt, deshalb sorgt euch nicht um morgen. Die Sorgen von heute sind für heute genug. Leih dir keine Sorgen aus. Gott gibt dir gerade genug Gnade für jeden einzelnen Tag. Er lagert all die Kraft nicht in deinem Leben und sagt, oh, ich gebe dir schon mal genug für nächste Woche oder den nächsten Monat. Er sagt, unser tägliches Brot gibt uns heute, nicht unser wöchentliches Brot, nicht unser monatliches Brot. Gott sagt, ihr sollt das Leben Tag für Tag leben. Und jeder kann das. Wenn du nicht weißt, was die Zukunft bringt, kannst du einfach das Leben Tag für Tag leben. Es gibt so einen alten Spruch, Meile für Meile ist das Leben eine Qual, Zoll für Zoll ist es toll. Ich empfehle euch also, nur einen Tag zur Zeit zu leben, zu planen und zu beten und Ziele zu setzen für dein Leben. Tritt nicht einfach nur auf der Stelle in dieser Zeit, sondern frage dich, was soll sich in meinem Leben verändert haben bis zum Ende dieses Jahres? Übrigens, ich empfehle euch auch, euren Medienkonsum zu reduzieren, hört auf, eure Gedanken anzufüllen mit so viel Müll, so viel Furcht, so viel Anspannung, so viel Konflikt. Kümmert euch nicht darum und kümmert euch auch nicht um morgen, aber macht auch keine Annahmen darüber. Wir wollen uns nicht sorgen um die Zukunft, wir wollen keine Annahmen machen über die Zukunft und sie als selbstverständlich annehmen, denn wir haben keine Garantien über diesen Moment hinaus. Sprüche 27, Vers 1 aus der Guten Nachricht Bibel Gib nicht an mit dem, was du morgen vorhast. Du weißt ja nicht einmal, was dir heute zustößt. Klarer kann man es nicht ausdrücken. Du weißt ja nicht einmal, was dir heute zustößt. Ich auch nicht. Wir können alle nur raten, planen können wir für morgen, aber leben können wir nur heute. Du kannst für morgen planen, aber leben kannst du nur heute. Jemand sagt, Leben ist das, was passiert, wenn etwas anderes geplant hattest. In diesen kurzen fünf Versen finden wir noch einen dritten Fehler, den wir hinsichtlich der Zukunft machen können. Wir machen einen Fehler, wenn wir planen, ohne zu beten. Wir verzetteln uns in der Zukunft, wenn wir annehmen, dass die Dinge so laufen werden, wie wir es wollen und dass wir noch ewig Zeit haben. Und hier ist der dritte Fehler, den wir hinsichtlich der Zukunft machen, wenn wir es aufschieben, das Gute und Richtige sofort zu tun. Wir schieben es auf, das Gute und Richtige sofort zu tun. Mit anderen Worten, wir wissen, was gut wäre zu tun, aber wir schieben es auf, wir zögern es hinaus. Das ist die Sünde der Prokrastination. Jakobus beendet diesen Abschnitt damit, dass er über das Aufschieben spricht. Tatsache ist, das Richtige hinaus zu zögern, das du tun solltest, also das ewige Aufschieben, zerstört dein Potenzial. Es ist eine Verschwendung deines Lebens. Es ist ein Missbrauch deiner Zeit. Es führt dazu, goldene Gelegenheiten zu verpassen, die Gott dir geschenkt hat. Und deshalb sagt er im letzten Vers, in diesem Abschnitt, Jakobus 4, Vers 17, denk daran, nachdem er über diese anderen Dinge gesprochen hat, Annahmen zu machen, zu planen, ohne zu beten, spricht er nun über das Aufschieben. Er sagt, denk daran, wer das Gute kennt und es nicht tut, der macht sich schuldig. Damit haben wir alle zu kämpfen, Leute. Aufschieben ist meine Sünde, es bringt mir nichts als Sorgen. Ich weiß, ich sollte mich verändern und das werde ich. Morgen. Vielleicht habt ihr noch nie darüber nachgedacht, aber man kann sündigen, indem man nichts tut. Du kannst sündigen, indem du nichts tust. Es gibt nicht nur Sünden des Begehens, sondern auch des Unterlassens, wenn du weißt, was das Richtige ist, aber du tust es nicht. Ich möchte euch bitten, euch drei sehr persönliche Fragen zu stellen. Erstens. Welchen Schritt des geistlichen Wachstums und Gehorsams muss ich als nächstes machen? Und du hast ihn noch nicht gemacht. Welchen Schritt des geistlichen Wachstums und Gehorsams musst du als nächstes machen, aber du hast ihn noch nicht gemacht? Ich formuliere es noch mal anders. Hier kommt die Frage, was schiebe ich auf, obwohl Gott mich dazu auffordert? Du schiebst es einfach immer und immer und immer wieder auf. Vielleicht sollst du dich mit jemandem versöhnen, jemandem vergeben. Vielleicht sollst du dein Leben Christus geben. Du denkst schon lange darüber nach, aber du hast es noch nicht getan. Vielleicht solltest du eine der Saddleback-Klasses machen. Vor fast 40 Jahren habe ich eine Reihe von Jüngerschaftskursen geschrieben. Um euch zu helfen, im Leben als Christ zu wachsen. Eine heißt Class 101 Meinen Platz in Gottes Familie entdecken. Dann Class 201 Gewohnheiten für geistliches Wachstum entdecken. Class 301 Meinen Dienst entdecken. Class 401 Meine Lebensbotschaft und Lebensmissionen entdecken. Hast du diese vier Kurse abgeschlossen? Hast du überhaupt schon damit begonnen? Das wäre eine gute Idee. Höre auf, es aufzuschieben. Diese Kurse werden dir helfen zu wachsen. Sie formen dich. Du wirst Dinge lernen, die du dein ganzes Leben über anwenden wirst. Vielleicht solltest du dich in einen Dienst einbringen. Wisst ihr, wer gerade die glücklichsten Menschen in unserer Gemeinde sind? Die 13.000 Freiwilligen, die unseren Essensverteilzentren helfen. Wir haben 13.000 Leute, die über eine Viertelmillion Menschen versorgt haben, mit über 1.000 Tonnen an Nahrungsmitteln. Und bis zu dieser letzten Woche, gerade jetzt am Freitag, haben mehr als 10.000 Menschen ihr Leben Christus gegeben, durch die Essenstafel. Das gab es noch nie. 10.000 junge Gläubige, weil Leute genau wie du ihren Glauben geteilt haben, durch ein Autofenster, während wir ihnen Essen gegeben haben. Ich stelle euch noch eine Frage. Hinter welcher Entschuldigung verstecke ich mich? Um das nicht zu tun, was ich tun sollte. Ja, mach ich noch, mach ich noch. Du sagst immer, mach ich noch. Mach ich noch ist mach ich nicht. Oder, ich habe das vor. Ich habe das vor, Rick. Ich habe das wirklich vor. Wann hörst du auf, es nur vorzuhaben und wann nimmst du es dir endlich mal vor? Was will ich damit sagen? Als euer Pastor, der euch lieb hat, was auch immer es ist, das du tun musst, tu es jetzt. Warte nicht, bis die Pandemie vorüber ist. Vergeude keine weitere Woche. Kein Monat oder Monate. 1. Johannes Kapitel 2, Vers 3 und 4 Aber wie können wir sicher sein, dass wir ihm gehören, wenn wir seine Gebote befolgen? Wer sagt, ich gehöre Gott und befolgt dabei Gottes Gebote nicht, ist ein Lügner und die Wahrheit ist nicht in ihm. Er sagt, Taten sprechen lauter als Worte, verzögerter Gehorsam ist ungehorsam. Was auch immer du vorhast, zu tun für Gott, tu es jetzt. Was auch immer du für deine Familie tun musst, tu es jetzt. Warte nicht, bis die Pandemie vorüber ist. Was auch immer du für deine Frau tun musst oder für deinen Mann, tu es jetzt. Du hast keine Garantie auf einen Morgen oder auf nächste Woche oder den nächsten Monat. Vorhin hatte ich gesagt, dass einige von euch schon seit längerer Zeit überlegen, ihr Leben für Jesus Christus zu öffnen. Warum tust du es nicht jetzt? Tu es heute. Es wäre mir eine Ehre, dich im Gebet zu leiten. Wenn du über eine Beziehung zu Jesus Christus nachdenkst, kann ich dir helfen, heute damit anzufangen. Eine Freundschaft mit Gott. Es geht hier nicht um Religion. Es geht um eine persönliche Beziehung mit Christus. Ich kenne Christus seit über 50 Jahren. Ich gehe mit ihm durchs Leben und er ist mein bester Freund. Und du kannst ihn genauso kennenlernen. Warum machen wir das nicht einfach genau jetzt? Lass uns beten. Sag einfach in deinen Gedanken. Lieber Gott, ich verstehe das nicht alles, aber ich möchte dich kennenlernen. Sag es einfach so. Ehrlich. Die Worte sind egal. Was zählt, ist eine demütige Haltung. Sag, lieber Gott, danke, dass du Jesus Christus zur Erde gesandt hast. um mir deine Liebe für mich zu zeigen, um für all meine Sünden zu bezahlen, damit ich es nicht tun muss, um den Weg zum Himmel zu zeigen. Ich brauche einen Retter. Ich brauche dich in meinem Leben. Ich möchte heute eine Freundschaft mit Gott beginnen. Und so bitte ich dich demütig, so gut ich es kann, dass du mich annimmst, so wie ich mein Vertrauen auf dich setze und ich empfange das Geschenk der Errettung. Und ich tue das heute, denn ich will nicht länger warten. Ich werde es nicht länger aufschieben. Ich weiß nicht, wie viele Tage ich noch habe, aber es sollen die besten meines Lebens werden, der Rest meines Lebens. So bitte ich dich, komm in mein Leben. Im Namen Jesu. Amen.